Was geht ab Leute, heute ist soweit, wir spielen das neue Spiel PUBG New State. Es wird heute auf jeden Fall mega mega heftig und zwar Freunde, werden wir mit Kaspar eine krasse Runde spielen und wir werden auf jeden Fall so viele Kills machen, ey, das wollt ihr nicht verpassen. Das Spiel ist auf jeden Fall richtig cool, ist dann neu rausgekommen, ist zwar in der Zukunft 2051 mit neuen Fahrzeugen und allen möglichen Sachen, also wir haben auf jeden Fall alles mögliche erzählt, was da drin neu ist, ihr werdet das quasi perfekt sehen können, Freunde. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr gerne PUBG New State selber spielen wollt. Dann klickt ihr auf jeden Fall gerne auf den Link in der Beschreibung, da könnt ihr das Spiel nämlich für iOS und für Android-Freunde und das natürlich auch noch kostenlos. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Alles klar, Kaspar, guck dir mal bitte schon an, wie wir aussehen. Ich bin bereit, ich will jetzt in den Kampf reingehen. Ich sag dir, Alter, das wird heute richtig heftig, auf jeden Fall jetzt hier ein neues Spiel und... Oh, guck mal, wo bist du? Alter, ich bin hier vorne schon am rumlaufen. Da, du bist am Boxen. Ich seh dich auch, guck mal hier. Bam, 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 okay. Okay, das Ding ist, siehst du sogar die Qualität, Alter, die ist halt echt übertrieben heftig. Alter, das sieht aber richtig krass aus, ne? Ja, ja. Okay, dann würde ich mal sagen, wir warten mal, bis das Match beginnt. Ich hier nochmal ein bisschen... Ja? Die ganzen Taktiken, die wir hier machen werden, hier hinlegen und sowas, ne? Ich bin gespannt, auch das neue Movement und so sieht richtig krass aus. Ja, ich bin auch gespannt. Deswegen, wir sehen uns gleich und abfahren. Wir sehen uns gleich. So. Einfach mal im Flughafen und das ganze Spiel 2052, ne? Ja, ja, das ist halt echt so ein bisschen in der Zukunft, ne? Das Ding ist, guck dir das mal an, die Sonne. Pass auf, pass auf, pass auf. Wir müssen uns jetzt sozusagen aussuchen, wo wir hinfliegen wollen. Und öffnen wir mal die Map oben rechts. Ja. Und dann lassen wir zum Trailerpark fliegen. Oh, Trailerpark sieht echt cool aus. Okay, ich würde sagen, Trailerpark nimm mir auf jeden Fall mit. Und dann fliegen wir oben hin zum Trailerpark. Okay, noch 2000 Meter. Alter, guck mal, wie das Flugzeug aussieht. Auch richtig krass. Das sieht echt voll herzlich aus, ne? Aber auch mit der Sonne finde ich das krass, wie die da untergeht. Stimmt, stimmt. Bist du bereit? Raus hier! Aus dem Trailerpark. Okay, ab zum Trailerpark. Oh, Gott, mein Gott. Okay, das Ding ist, guck dir das mal an. Wir können halt auch immer um uns gucken immer noch. Ah, ja, stimmt, stimmt. Ja. Und du siehst sogar deine Geschwindigkeit. Boah, 190 kmh, ja, Mann. Ich hab echt ein bisschen Angst, dass da jetzt direkt nicht viele Gegner mitkommen. Ich muss ein bisschen aufpassen, Mann. Ja, also ich weiß nicht, ob das so schlauer ist, im Trailerpark zu gehen. Aber wir probieren es auf jeden Fall. Lass so oben rechts lassen so ein bisschen. Ja, okay, okay, okay. So, hast du schon da einen falschen aufgemacht? Nee, noch nicht, der öffnet automatisch, glaube ich. Okay, ich hoffe doch, ne? Oh, bist du so? Okay, ja, doch, er öffnet automatisch. Oh, oh, Alter. Okay, sehr gut, sehr gut. So, jetzt hier vorsichtig einmal rumspielen. Alter, ich bin gespannt. Ich gucke mich mal ein bisschen um. Sind hier Feinde in der Nähe? Oh, ich kann jetzt gerade noch nicht fliegen, ey. Ich sehe bis jetzt auch noch gar keinen, ne? Muss ich auch halt auch sagen. Oh, entspannt vielleicht ein bisschen. Oh, bei da hinten habe ich gerade zwei Fliegen gesehen. Ja, ja. Ja, aber nicht in der Nähe. So, ich bin jetzt hier gerade gelandet. Ich muss jetzt gerade kurz mal gucken. Oh, Gott. Oh, direkt hier eine krasse Knarre. Oh, ich auch. Oh, mein Gott. Ich habe echt heptige Waffen schon, war? Okay, sehr, sehr gut. Ja, ich habe auch schon so eine Sniper. Und was ist das denn hier? Was, ist da jemand? Nee, aber hier ist so ein Motorrad. Das kenne ich gar nicht. Das müssen da neue Fahrzeuge sein. Oh, warte mal. Okay, warte. Ich komme jetzt zu dir. Okay, krass. So, zeig mal. Ich will das neue neue Fahrzeuge sehen. Guck mal. Ja, aber damit kann man auch fahren. Nnnn. Loll. Alter, guck mal, wie krass. Die sind exklusiv. Ah, auf uns sind geschossen. Sie haben geschossen. Ja, ja. Runter. Runter, runter. Mach dich bereit. Die kommen hier vorne irgendwo. Ich habe einen geholt, ich habe einen geholt. Ich habe einen geholt. Und ich schieße die tot? Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alter, der hat mich auf jeden Fall gut getroffen, muss ich sagen. Alter, okay. So, mal gucken. Was hat er in der Box drin? Oh. Ja, guck mal nach. Der hat wilde Waffen, Alter. Der hat echt wilde Waffen. Ja, aber das ist klar, dass hier noch irgendwie, da müssen noch ein paar andere sein, wenn der schon hier ist, ne? Ja, der wird locker noch, weil der hat locker noch seinen Teamkollegen oder so am Start. Ja, auf jeden. Oh Gott. Okay, ähm. Ich glaube ein bisschen weiter. Ich habe jetzt hier, ich muss mir meine Waffen nachladen. Ich habe hier eben Steps gehört, in diese Richtung hier. Wo, in welche Richtung hast du Steps gehört? Richtung Süden. Richtung Süden habe ich hier eben Steps gehört. Ja, jetzt gerade sehe ich ihn halt nicht mehr. Wir könnten von mir aus auf eine Maschine rauf, auf ein Motorrad und uns durchbrennen. Bisschen, ey, aufmischen. Können wir auch mal. Ich glaube, man kann so erstmal meinen Waffen nach. Also, ich glaube, er muss irgendwo sein Kollege sein, habe ich das Gefühl. Ich frage mal, ich lenke die mal ein bisschen ab mit der Maschine hier. Ja, genau, mach das mal. Alter, wie guckt das Motorrad aussieht? Wow. Alter. Alter, die haben wir nicht rüber komplett, Alter. Da ist ein Gegner unter dir. Aber egal, ich fahre trotzdem rüber und wow. Wo ist er? Genau unter dir, genau unter dir. Da, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Und hier, hol dir. Bam, ich habe ihn geholt. Ich habe ihn geholt. Ja, wichtig. Aber, nein, nein, der ist auch draufgegangen. Das war, oh mein Gott, was hat er für krasse Waffen? Ich auch mal neue Waffen und Helm und Rüstung und so. Ja, guck dir mal ein bisschen rein. Der hat eigentlich ganz coole Sachen am Start. Oh, sehr gut, der ist diesbar. Sein Helm habe ich mir gerade auch noch geholt. Und ich kann hier jetzt schon mal, ah, hinter uns, hinter uns. Die sind gut, die sind gut, zwei Leute, zwei Leute. Ja, ich habe ihn geholt, ich habe ihn geholt, ich habe ihn geholt. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, waren es zwei Leute, meinst du? Ja, ich habe noch ein Laufensinn hier hinten, glaube ich. Oh. Du kommst auch in die Zune, ne? Die wird ja auch kleiner. Ja, ja, du hast recht, du hast recht. Okay, ich gucke mal gerade, was er noch für Waffen hat. Die will ich auf jeden Fall haben. Pass auf, was jetzt bei PUBG New Estate neu ist, das Aufsatzsystem. Das heißt, du kannst richtig krasse Aufsätze finden für die Waffen. Ehrlich? Ah! Ja, sie geht. Oh Gott! Das ist ein vor mir, Gegner. Das ist ein Tüter von allen Seiten. Oh, ich habe ihn geholt. Hab einen, hab einen, hab einen, hab einen. Oh, wir haben Squad eliminiert, oder? Oh, sehr gut, sehr gut. Ich habe vier Kills, Alter. Oh mein Gott, okay. Alter, ich habe mal Spiele. Ey, der hat mich halt, äh, ist da noch irgendwo einer? Ich weiß gerade gar nicht. Oh, der hat krasse Aufsätze hier direkt. Nice. Ich dachte, das wärst du gewesen vor mir. Ja, aber ich dachte auch zuerst, dass du hier rumlochst. Warte mal, Skyl ist, glaube ich, ich bin nochmal besser als die M-Dinges, oder? Ja, genau. Okay, dann nehme ich die Skyl auf jeden Fall mit. Wie kann ich am besten so meine, ähm, Aufsätze ändern? Ja, das machst du. Dann musst du erst mal Aufsätze finden. Also ich habe Aufsätze. Ah, genau, dann gehst du unten links auf deinen Rucksack drauf, und dann siehst du deine Waffen, und dann kannst du die raufziehen. Oh, ja, stimmt, du hast recht, okay. Also, ich könnte jetzt, äh, gut, okay, ich habe jetzt also nur den Aufsatz, das ist jetzt nicht so schlimm. Genau, genau. Der ist, glaube ich, ganz gut, den ich habe. So, wo ist denn die Zone? Aber wir sind direkt in der Zone, sehe ich gerade. Ja, lass mal reinlaufen. Da können wir vielleicht ein paar Leute abfangen, oder so. Okay, wo bist du? Da, vor, vor bist du. Ja, ich bin hier auf der Straße, ne? Okay, so, ich bin direkt bei, der Kaspar. So, let's go, Alter. Wie viele Kills hast du jetzt schon? Äh, vier Kills habe ich, ich habe also viele Leute getötet. Alter, ich brauche uns direkt erste Runde. Ja, hier sind wir richtig ab, ne? Hier löschen wir die ganzen Skorts aus. Alter. So, mal gucken. Das sind ja riesige Maps, das ist ja Open World, ne? Ja, ja. Das sind riesige Schwachfelder. Das ist echt unnormal. Gegner! Wo, wo, wo? Ihr erkennt uns, wir auf der Straße. Ich sehe es, ich sehe es. Ich habe ihn einmal gekommen, wir kippen. Boah, Alter, ich habe ihn so geholt. Sehr gut. Ich habe voll das gute Aiming, muss ich sagen. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön, sehr, sehr gut. Alter, auf einmal tauchte der auf. Ja, ja, der war so direkt hinter uns oder so. Wir sind gerade voll entspannt noch hier gelaufen. Oh, der Bereich wird eingeschränkt. Denkst du, hier kommen gleich noch welche in die Zone rein? Ja, da kommen noch von hinten. Guck mal, es leben noch viel, siehst du hier. Noch einer da unten! Boah! Der, der, der andere, ich habe ihn, ich habe ihn, oh Gott. Oh mein Gott. Das ist der Mate, das ist der Mate, da kommen noch mehr jetzt. Hast du ihn geholt? Ich habe ihn, der liegt, der krabbelt hier noch rum. Äh, der krabbelt da noch rum? Du kannst ihn finishen, wenn du willst. Wo ist er denn? Der ist tot, jetzt hat er aufgegangen. Ich habe es gesehen. Was haben die denn so für Sachen so noch in der Kiste drin? Ich guck mal gerade. Ja, guck ruhig durch. Sie haben da gerade oben was. Oh mein Gott, der hat so ein, lol. Ah, nee, das ist ein Vektor. Ich dachte gerade, der hat, äh. Also auf jeden Fall auf, da werden jetzt noch welche reinkommen von der Zone. Ja, ja, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Okay. Also, der hat auf jeden Fall ein paar, äh, nicht so schlechte Waffen. Was ist denn das da oben? Das muss auch ein exklusives neues Fahrzeug sein, was es nur hier gibt. Warte, ich guck, ich komm, ich komm, ich komm. Alter, wie krass sieht das denn aus? Das ist so ein Sportmotorrad. Was? Oh, wie krass das austritt, lol. Wo bist du? Jo, warte mal, ich komm zu dir. Gegner vor dir, vor dir Gegner. Vor mir Gegner. Oh mein Gott. Der pusht dich, der pusht dich. Oh, ich hab ihn. Oh, sehr gut. Ich hab ihn, oder? Ich weiß nicht genau, oder? Nee, ich hab ihn. Nee, du hast den. Sehr gut, sehr, sehr gut. Du hast den, glaube ich, geholt. Der war ja direkt vor mir, ne? Ja, ich hab auch Range drauf, bisschen drauf geschossen. Pass auf, ich komm rumgefahren. Oh mein Gott, der ist ein Sniper. Oh, das Ding aussieht richtig futuristisch, pass auf. Wow, rote Zone, rote Zone, wir müssen hier raus. Kannst du aufsteigen, kannst du aufsteigen? Warte, ich muss ganz kurz Dingens und die Sniper holen. Ich muss die Sniper holen. Nein, Sniper. Du musst aufsteigen jetzt. Ich komme. Ich komm, ich muss die Sniper. Aufsteigen jetzt. Echt da oben, Schüsse? Können wir da hin? Was fahren? Wo? Da muss man ganz zwölf Uhr hier, genau zwölf Uhr hinter dem... Oh Gott, die Zone. Die Zone. Alles drauf geachtet. Fahr weg, die Zone, komm. Alter, jetzt aber zu mir, ey. Jetzt aber los. Boah, da war ein Ding da rechts von uns. Was? Alter, da war noch einer, oder? Ja, hier. Ich war ein Tod. Schieb da. Ja. Bam. Kannst du mir mal dein Geld droppen? Mein Geld? Kann ich natürlich droppen. Du gehst in den Rucksack und dann droppst du mir einfach mal dein Geld. Okay, warte. So, denke ich, dann kann ich eine Drohne kaufen. Die ist jetzt auch neu hier. Und wo kann ich mein Geld droppen? Auf den Rucksack drauf und dann oben einfach siehst du schon so Drohnencredits. Stimmt. Die kann ich jetzt alles ablehnen. Nein, jetzt nimm der die. Hat er die genommen? Ja, der hat die genommen, Lord. Der hat die einfach... Nee, doch nicht. Ich hab die, ich hab die. Okay, besser als, besser als. Und jetzt kann ich ihr folgendes kaufen. Pass auf. Jetzt kaufe ich hier eine Aufklärungsdrohne. Die bestell ich jetzt. Was? Bam. Drohne angefordert. Die kommt jetzt. Und dann sehen wir gleich, wo die Gegner sind, ne? Ja, dann können wir, glaube ich, sehen, wo die sind gerade. Boah. Okay, das ist natürlich echt schon mega cool, ne? Ja, richtig, richtig nice. So, wo sind hier die Gegner? Hab schon 10 Kills. Brauchen wir noch mehr Gegner. Alter, Alter. Alter, als du 10 Kills hast. Warte mal, was kann ich denn noch kaufen? Painkiller. Auch, dass du unterwegs so Sachen kaufen kannst. Das ist voll cool, ne? Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder full live. Irgendwo noch ein Gegner. Ich gucke auch schon. Oh, das ist vor uns wieder so eine Zone. Ja, eine rote Zone. Müssen wir aufpassen. Ich denke, die werden jetzt von außen wahrscheinlich kommen oder so. Ah, hinter uns. Ja, gut, hinter uns. Oh, oh. Oh mein Gott. Stimmt. Boah, ich hab ihn. Boah, ich hab ihn hier da drauf. Ich hab auch voll das gute Visier. Okay, ich hab ihn mal gefinisht. Sehr gut. Guck rein. Hier müssen eigentlich noch irgendwo welche, glaube ich, sein, ne? Boah, das ist eine krasse Sniper, die nehme ich. Mit 8-fach. Was? Oh mein Gott, das ist ein krasses Scope. Hier ist meine Drohne. Guck mal, guck mal, wie das aussieht. Ey, was? Hier, guck, nimm die mal, nimm die mal. Wie, die kann ich jetzt nehmen? Wer nimmt die jetzt schon, die Sau. Er hat die genommen. Wie klaut das? Er hat das einmal geklaut. Er hat die geklaut. Er hat die einfach geklaut. Egal. Okay, pass auf. Wir müssen jetzt hier weitergehen zur nächsten Zone. Pass auf. Nichts guter Sniper haben. Ich kann dir die geben, wenn du möchtest. Ich dachte, wir müssen zur nächsten Zone. Guck mal, wo die nächste Zone ist. Oh, vor mir ist ein Gegner. Kaspar, vor mir ist ein Gegner. Ja, okay, pass auf, pass auf, pass auf. Check up. Keep cover. Oh mein Gott, ich hab ihn nicht einmal getroffen. Er rennt gerade aus dem Haus. Gerade aus dem Haus. Ich check up mit der Sniper. Ich seh ihn nicht. Okay, ich nehm die Vector, ich nehm die Vector. Ich dachte, aber du bist ja jetzt gerade ganz allein. Oh, der ist direkt vor mir. Der ist ins Haus gerade reingegangen. Pass auf, pass auf, dass du jetzt stirbst. Ich weiß, der ist gerade ins Haus reingegangen. Der ist vor mir. Die Mates kommen angefahren. Oh mein Gott. Was machen die für ein Hackmäck? Ich glaube, der ist noch im Haus drin. Ich gucke gerade die ganze Zeit. Stürmen. Mal gucken, ob er jetzt im Haus kämmt. Ich kann es mir gut vorstellen. Oder irgendwie obendrauf. Was explodiert denn hier? Alter. Aua, er hat mich geschossen. Ich seh ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn geholt. Er war direkt tot auch. Ja, er war direkt tot. Okay. Oh, der hat gute Westen und gute Helme. Yo. Lass mal hier den Berg hoch hier oben. Okay, okay. Oh Gott, wir müssen in die Zone. Ah, ich bin geflasht. Die Zone hängt mir voll im Nacken, Kaspar. Oh mein Gott. Ihr müsst den recht ein bisschen aufholen doch. Die ist auch übel schnell. Wenn ihr da drin seid, dann seid ihr fast tot. Nein, nein, nein. Ich bin da drin. Nein, ich werde durch die Zone drauf gehen wahrscheinlich. Das glaube ich nicht. Ich muss einen Energy-Drink trinken. Genau, drück direkt die Energy rein. Drück dir First Aids rein. Oh nein. Du hast wahrscheinlich welche im Rucksack. Du kannst, wenn du auf die Waffe unten drückst, packst du die Waffe weg. Mach das. Okay, okay, okay. Dann bin ich schneller, sagst du. Ja. Okay, ich hab das Energy getrunken, aber der Hilfe ist nicht besonders viel. Ja, aber auch so, du machst Strecke. Wie weit müssen wir denn noch? Oh, nicht mehr weit. Gar nicht mehr weit. 200 Meter nur noch. Oh mein Gott. Du siehst, um. Ich hab eigentlich blau. Ja, ja, stimmt. Du bist blau, ne? Das schaffen wir. Das schaffen wir. Boah, das willst du mal tauschen getrunken. Ja, ja, stimmt. Das kann natürlich auch sein, dass du das... Oh, Alter, die geht ja immer noch. Drück dir First Aids rein. Drück dir First Aids rein, weil es richtig toll wird. Ich bin gleich schon drin hier. Ich sprint hier ja gerade schon die ganze Zeit. Auf der weißen Linie laufen. Das ist der schnellste Weg. Ja, ja, mach ich, mach ich, mach ich. Oh, jetzt drück die Normalphase 3 schon. Oh. Aber alles entspannt. Ich schaff's auf jeden Fall easy. Ich kann nicht sonst hochholen gleich. Oh. Ja, ich schaff's easy. Ich schaff's easy. Oh, ich lauf so schnell wie ich kann. Lauf. Ich lauf so schnell wie ich kann. Lauf. Lauf. Ah, ich werd's aber auch schaffen. Kein Problem. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr wichtig. Hauptsache, jetzt kommen keine Gegner. Das wär immer das... Ich check ab gerade, ich check ab gerade. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Komm, wir gammeln gut. Guck mal, jetzt einmal ganz kurz healen. Baum hinlegen und healen, ne? Nicht einfach stehen bleiben. Zack, hier kurz heilen. Äh, gut, genau, so ist gut. So, ist nochmal so ein Ding nehmen. Und dann musst du ja schon wieder, glaub ich, Penke das nehmen, ne? Genau, booste dich schon voll, damit du auch volles Leben kriegst. Oh, gegner vor uns, rechts, Südwesten. Warte, ich muss kurz einmal... Wo ist der? Südwesten, Südwesten. Hinter der Hölzüte. Ah, ich seh es, ich seh es, ich seh es. Kriegst du den? Ja, ich schließe drauf. Ich hab dreimal getroffen schon. Dreimal getroffen. Er läuft. Hab ihn, hab ihn. Hast du ihn? Oh, sehr gut. Ich hab ihn. Sehr gut. Noch 20 Leute, ne? Da sind wir noch echt noch viele, ey. Ja, wir sind echt noch mega viele, ey. Gegner vor uns. Wo? East, 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 east. Also, Osten, da hinten läuft der. Wo denn hinten? Ich mach Snipershot hinten. Osten, auf E. Ja, ich gucke, aber es ist doch gar keiner. Der ist gut, der ist gut, verdammt. Oh, ich gehe genau auf den einen zu. Den kriegen wir. Oh. Den kriegen wir. Oh. Ich tut ihm jetzt einen Headshot. Oh mein Gott. Oh. Headshot. Hast du ihn geholt? Ah, von links. Von links, von links. Von links. Pass auf, pass auf. Ich wurde gerade von links angeschossen. Ja, links am Stein an der blauen Zone. Hat einen Hit, hat einen Hit. Ich suche ihn gerade, ich sehe ihn nicht. Hinterm Stein ist er, schimmelt. Er schimmelt. Da, in deinem Baum, beim Baum. Hinterm Stein, hinterm Stein ist er. Vor uns, genau vor dir links. Okay, dann werf ich eine Granate hin. Ja, jetzt. Nicht der, der links davon. Oh Gott, ich bin abgeballert. Pass auf. Wo denn? Das ist richtig gut. Noch einen Stein weiter da hinten. Noch einen Stein weiter da hinten. Wo bist du denn? Du guckst in eine andere Richtung. Ach so. Okay, warte mal. Der Schilder, der Schilder. Ach, da hinten. Der 1 von uns geholt. Oh, Granate werfen. Von hinten, von hinten. Was? Amigo. Oh. Nein. Amigo. Ich habe ihn geholt, glaube ich, oder? Ja, ich habe ihn geholt, oder? Ja, ich habe ihn geholt. Alter. Oh mein Gott. Oh. Es wird hier, es wird hier, noch 13 Leute nur noch. Oh, er hat eine Dreierweste, er hat eine Dreierweste. Oh, kriegst du ihn, kriegst du ihn? Wo, wo ist er? Ich gehe gerade nicht. Ich sehe gerade. Da läuft noch einer oben. Field, äh, East, East. Ah, er schießt auf mich. Sieh, ich versuch. Den müssen wir kriegen hier vorne, Brox. Oh mein Gott. Den müssen wir kriegen, der Nerv. Der Nervs echt. Der schießt immer die ganze Zeit. Ah, der hat einen Job gekriegt, aber er ist noch nicht genockt. Hinter dem Stein wieder, er hielt sich, er hielt sich. Okay, ich mache Rauchgranate. Hüah. Warte, ich muss unseren Mate kurz hochholen. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn, wie er da rumschießt. Okay. Ich hole unseren Mate kurz hoch, unser Mate wird gefinisht. Kriegst du ihn jetzt vielleicht? Ah, ich habe ein paar Mal angeschossen. Er muss jetzt quasi halt kommen. Also, nein, Nervs, der will die ganze Zeit hochgeholt werden. So, jetzt hole ich ihn. Also, er muss halt quasi jetzt zu uns kommen, ne? Ja, genau, wir können chillen, wir können kurz chillen. Habe ich noch irgendwie eine Granate oder sowas? Ich habe nur eine normale Granate. Er nadet, oder? Ja, wenn er links vom Stein fliegt. Ja, sehr gut. Oh, der fliegt gut. Der fliegt sehr gut. Was ich nicht? Oh. Hast du ihn? Ne, er hat auch noch einen auf mich geworfen. Oh mein Gott, der explodiert direkt vor mir. Geh ihr dich? Geh ihr dich schon voll wieder? Ja, ich bin so gut wie voll. Wenn der links fliegt, habe ich ihn. Ich habe einen Molotow. Komm, wir gehen ran. Ja. Wiederholen wir uns. Komm, auf ihn. Auf ihn. Auf ihn. Ich schmeiß links Molo. Hör nicht, ich schmeiß links Molo hin. Er kommt, er kommt, er ist ready. Oh. Oh. Ah, ich habe ihn. Oh mein Gott. Ich habe ihn. Oh mein Gott, ich habe noch 10%. Hier nicht, hier nicht. Ja, ich mache das, ich mache das. Oh mein Gott. Komm, die Sohne. Nicht mehr viele, nicht mehr. Nur noch vier Leute noch. Ja, ja, kurz mal hier heilen. Okay. Ich sehe einen. Warte mal, krieg ich weg. Wer ist gesniped? Warte mal, holen wir dir, holen wir dir, holen wir dir. Nein, von links, von links, von links, von links, von links, von uns, sind da uns. Hab ihn, hab ihn. Sehr gut, wichtig. Okay, 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 ich habe ihn auch. Ja, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es, ich sehe es. Ich habe gesmoked. Warte mal, da läuft noch einer. Okay. Hab ihn, Headshot. Squad eliminiert. Alter, auf die Distanz. Es war noch ein. Ja. Ja. Es sind drei Leute nur noch. Drei Leute nur noch. Wo sind die? Die laufen, die laufen bei 150. Ja, das sind die. Ich schieße auf einen. Hit, hit. Ich habe ihn auch getroffen. Ja, bim. Ja. Knock, knock. Ich laufe zu ihm hin, ich laufe zu ihm hin, dann kann er nichts machen. Hinter uns. Oh mein Gott. Was? Kamerl, Andy. Schnell. Ja, ich habe ihn. Ja, Winner, Winner. Chicken Dinner. Let's go. Einfach erster Platz geworden. Wie viele Kills haben wir? Let's go. Du hast 15, ich habe 12. Alter, Junge, was kann. Nice. Ey, richtig nice gewesen, Leute. Lass uns auf jeden Fall gerne ein Like da. Das ist das von dir wieder gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lass gerne ein Like und ein Abo da. Wenn es so ist, checkt es auf jeden Fall gerne bei mir aus und haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.